Den Hyundai Tucson gibt es in den Ausstattungen Klassik, Trend, Style und Premium. Der Tucson wird mit Front- und Allradantrieb angeboten. Als Benziner gibt es ihn mit einer 1,6 Liter Maschine, als Direkteinspritzer oder als Turbo. Der Diesel hat wahlweise 1,7 oder 2 Liter Hubraum und wird wahlweise bis zu 136 kW angeboten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020